Wir waren näher dran als jemals zuvor. Vier Jahre hatten wir Haares gejagt. Jetzt hatten wir seine rechte Hand. Der Doktor war der Schlüssel. So, fangen wir nochmal von vorn an. Diese Leute. Wer sind sie? Also das denken Sie von mir, ja? Ich bin eine Ratte. Für dich! Ich denke, Sie sind, was immer ich Ihnen sage. Ilona war einmalig. Ex-Spezmas, jetzt im Dienst für Atlas. Mal beste Freundin, mal schlimmster Alptraum. Sie war undurchschaubar. Wir haben die Namen. Jetzt sagen Sie mir nur, wann und wo das Meeting ist. Bringen Sie mich um. Ich bin Ethod. Wenn sie dich erst am Wickel hatte. Bitte, Pierre. Helfen Sie mir. Helfen wir einander. Hattest du verloren. Das ist eine einzige Quelle. Können wir das überprüfen? Die Infos stimmen. Hades trifft seine Geldgeber in 24 Stunden auf Santorin. Mr. Ions, die Protokolle für einen Angriff erfordern. Dieser Mann ist verantwortlich für 50.000 Tote, General. Wir greifen an. Eine Operation in fremdem Hoheitsgebiet wäre ein Akt des Krieges, wenn der Kongress nicht zustimmt. Atlas ist ein international anerkanntes Privatunternehmen. Wir brauchen keinen Kongress. Gentlemen, sind wir einsatzbereit? Wir sind Startklasse, Herr. Auf Ihr Zeichen. Ich will jetzt hier in sechs Stunden vor Ort sehen. Auf wessen Befehl? Auf meinen Befehl! Und da fängt's nämlich an. Da fängt's nämlich an. Wer die Macht hat, kann auch entscheiden. Und braucht keine Vorgesetzten mehr. Eine eigene Regierung, ein eigenes Land. Und da fängt's nämlich an. Die Zielperson nähert sich. Markieren. Jetzt du, Mitchell. Die Verbindung ist gut. Suchen wir die Zielperson. Signale scannen. Du musst für den Scan ranzoomen. KVA-Signal suchen. So kommen wir dann in den Unterschlupf. Da. Sieh dir den an. Hier ist er nicht. Umschalten auf andere Kamera. Versuch's bei dem. Da. Müssen wir auf die Signalstärke achten. Okay. Weitere Kamera. Signalstärke wird... Wir sind auch gerade hier. Besser, besser, besser. Da. Versuch's bei dem. Hey. Negativ. Uh. Wäre jetzt nicht alle schon durch? Aber hier wissen wir doch, dass das Signal schon stärker ist. KVA-Signal ist ganz nah. Eindeutig ein KVA-Signal. Das ist die Zielperson. Das ist unser Weg hinein. Bravo unterwegs. Team, ich muss euch wohl nicht daran erinnern, wie wichtig diese Mission ist. Ah, das ist verantwortlich für die nuklearen Angriffe vor vier Jahren. Wenn wir ihn erwischen, fällt die gesamte KVA in sich zusammen. Wir dürfen keine Fehler machen. Bringt das zu Ende. Hm. Machen wir nicht. Geben wir uns Mühe. Unauffällig verfolgen. Und dann ausschalten. Ich räume hinten auf. Versaut es bloß nicht, Ladies. Das ist ja mal richtig Obst und Gemüse. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Na, sonst ist die Grafik hier recht schick. Oder ansehnlich. Das ist Privateigentum. Sie müssen gehen. Ich wollte zum Markt. Hab mich wohl verlaufen. Hier sind sie falsch. Geh was zu. Ups. Schlafschön. Gut gemacht. Waffenbereit. Bravo hat die Schlüsselkarte. Alpha, aufgepasst. Bravo ist auf Position. Roger. Moment. Markiere Ziele. Patrouille, nimm ihn. Zwei im nächsten Raum. Oben. Alle Stationen werden rechtzeitig gesichert sein. Warte, bis sie fertig sind. Niemand wird das Treffen stören. Das will ich hoffen. Sonst kriegen sie es mit mir zu tun. Verstanden. Hades Ende. Profit, Unterschlupf gesichert. Nehmen das Tagungszentrum ins Visier. Verstanden, Bravo. Alpha, Phase 2 kann beginnen. Verstanden. Alpha lädt den Frag. Mitchell, in der Ärzteanzug. Läuft nicht ganz so gut hier. Hakt ein bisschen. Ich setze die Wurst zusammen. Ich muss am Spiel überlegen. Umziehen. Profit, Wasp ist startklar. Alpha in Position. Bereit. Verstanden. Bereit machen für Wasp. Nimm die Drohne, Mitchell. Ich belausche Hades Treffen. Wasp in der Luft. 200 Meter bis zum Ziel. Konferenzraum, Ranzoom. Da ist Hades. Schade, dass wir ihn nicht gleich umnieten können. Warte, Ilona. Wie ist die Infos beschaffen? Alphas Truck nähert sich dem Tor. Alpha, warte da. Die Wasp gibt den Startschuss. Lass die Wachen rankommen und dann erledige sie. Hey, du. Du kannst hier nicht parken. Mach schnell. Ist es nicht die 14te? War sowieso ein langweiliges Gespräch. Alpha ist startklar. Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Knall die zwei Wachposten ab. Die zwei? Oder gibst du mir andere Ziele vor? Die zwei Wachposten ab. Ich wiederhole, abbrechen. Also haben wir doch einen falschen abgeschossen. Alpha ist startklar. Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Gibt es mir Ziele vor? Knall die zwei Wachposten ab. Welche zwei Wachposten? Welche Ziele gibst du mir denn vor? Also doch. Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Knall die zwei Wachposten ab. Dimitri, ist das Fahrzeug weg? Also doch. Dimitri, bitte. Alpha, rein da. Das war so doch richtig. Hm. Alpha, warte. Da ist einer an dir dran. Ab ihn. Nein. Ja, Sir. Scheiße. Gideon hat Probleme. An alle Stationen. Wir sind aufgeflogen. Abbrechen. 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 Man müsste heute schon unterscheiden können zwischen Rot und Grün. Ups. Scheiße. Gideon hat Probleme. Machen wir es direkt wieder besser. Gesichert. Alpha, weiter jetzt. Mitchell, zwei ausschalten. Alpha, räumt auf. Pool gesichert. Alpha unterwegs. Alpha in Position. Platziere Stummladung. Verstanden, Alpha. Mitchell, du musst die Glasfront des Atriums abdecken. Stummladung bereit. Die Ladung reicht nicht weit. Es muss schnell gehen. Was? Den sehe ich nicht. Du hast dir zu viel Zeit gelassen. Das muss schneller gehen. Atrium gesichert. Ja, genau. Achtung. Hades scheint mit dem Treffen zu beginnen. Roger, Prophet. Hau rein, Alpha. Es darf auf keinen Fall schief gehen. Verstanden. Knall die zwei Open an der Treppe ab. Schöner Schiss durch. Oh. Ah. Schlambig. Aber getroffen. Die Tür muss frei sein, damit Alpha rein kann. Löse einen Fahrzeugalarm aus. Schät dir mal nach. Die KVA geht hin. Mit der Wasp die drei auf dem Weg zum Wagen ausschalten. Hier ist dicht. Tu es, Mitchell. Treppe gesichert. Warte auf Wasp. Gesichert. Alpha rückt zum Angriffspunkt. Mitchell, Sicht auf das Treffen richten. Hades anvisieren. Alle Teams, bereit machen für Angriff. Auf mein Zeichen warten. Ich hab sie immer in meiner Almeer. Sie schützt uns. Kontaktieren Sie ihn für eine weitere Zahlung. Ich gebe Ihnen zwei Tage. Das reicht. Wasp schießen. Hades getroffen. Alpha, Abschluss bestätigen. Scanner Retina. Negativ. Das ist nicht Hades. Nicht Hades. Scheiße, eine Bombe. Raus hier, raus hier. Nein. Alpha, Bericht. Das Duble hat eine Bombe getragen. Haben einen verloren. Wiederhole. Einen verloren. Ich hab die Frequenz des Zünders. Verfolge sie zur Quelle zurück. Achtung. KVA greift an. Wenn sie wussten, dass wir kommen, dann opfern sie trotzdem ihre eigenen Leute. Ich hab kein Teil in Sicht fest. An alle Stationen. KVA im Anmarsch. Wir brauchen Feuerschutz. Na los, Mitchell. Ich suche noch die Quelle. Wir können hier nicht bleiben, Ilona. Der echte Hades ist nicht weit, Gideon. Wir müssen ihn kriegen. Wir müssen ihn kriegen. Na. Andere Seite vielleicht. Mann getroffen. Gideon hat's erwischt. Ah. Wieso zeugt der mir denn an, dass da Rechtssymbole sind, aber ich seh da keinen. Da. Wo sollen denn noch welche sein? Wir kommen nicht... Wir kommen auch nicht weiter rüber. Was ist da los? Alpha, kommen! Alle Teams, verfolgt Hades! Verfolgt Hades! Habe sich Kontakt verloren! Gideon! Gideon, wenn du mich hörst! Volk Hades! Scheiße. Nichts wie weg hier. Mitchell, die Treppe runter und hinten raus. Wir müssen Hades abfangen. Bravo. Die KVA hat die Position eingetreit. Schön. Schön. 剛 male. Musik. Vorher. Vorher. hop Nossa. Fahrrunstanne. der Torhär. Haserläng. Feng. D pressure. Wir nehmen den Weg durch die Gassen! Bravo! KVH nähert sich! Zivilisten in Gefahr! Jetzt ist aber schnell weg hier, ey! Geht rein und bleibt da! Quatsch und Zivilisten aus! KVH kommt! Kontakt auf dem Balkon! Schön mit der Pistole noch! Gegen die ganze Armee! Jaaa! Hast du da noch eine Waffe für mich? Dankeschön! Was? Zivilisten in Gefahr! Aus dem Weg! Geht rein und bleibt da! Mach doch Zivilisten aus! KVH kommt! KVH kommt! KVH kommt! KVH geht! Und jetzt geht's! Werfe eine Granate! Alfa, wir haben Interferenzen! Wir sind geladen! Wir wimmeln das Vertrag auf Einheiten! Kümmert ihr euch auf Hals! Gott sind doch viele! Verstanden! Was? Wie bitte? Es kann doch nicht deren Ernst sein! Ja, auf dem Dach ist gut! Ziele ausgeschaltet! Statt! 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 Elf hoch! Weg da! Statt! 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 Ziele ausgeschaltet! Statt! Ziele ausgeschaltet! Sanitäter! Sanitäter! Hierher! Ziele ausgeschaltet! Ziele ausgeschaltet! Sie ziehen sich zurück! Raketen! Ausgeschaltet! Raketen? Ne! Wir können nicht die Fenster springen! Das wäre ja zu cool! Was für ein Ritt, ey! Na komm! Die Tür! Die Tür! Die Tür! Die Tür! Die Tür! Die Tür! Mieter! Mach die Tür auf! KVA-Verstärkung ist unterwegs! Mir nach! An alle Stationen! Hades-Konvoi ist unterwegs nach Süden! Kontakt beim Glockenturm auf! Doris, bitte wiederholen! Mann am Boden! Mann am Boden! Schlafschütze im Glockenturm! Sniper! Sniper! Haben wir denn irgendwas zum Snipern? Ja, das Ding war ja nicht schlecht! Woo! Wuhu! Verdammt! Scharfschütze visiert uns an! Werfe rauf! Hahaha! Los jetzt! Der Rauf verwert schnell! Boah! Was hat der für ne Waffe? Ich geb Deckung! Runter! Weg von den Fenstern! Bleibt alle! Weg von den Fenstern! Scheiße, ist das hier offen! Willst du erst laufen oder erst schießen? Setz den Scharfschützer unter Beschuss! Los, los, los! Oh, es läuft aber auch echt hier am Limit! Gehen wir uns auf der Straße! Gehen wir uns! Gott, was ist denn hier los? Die haben ja viel mehr Bock, der Jagd auf uns zu machen. Wir drehen das Spiel einfach um. Drogen erledigt. Weiter zum Scharfschützen. Ins Restaurant. Krass. Durch die Lobby. Prophet. Ich sehe Torres. Er ist getroffen. Verstanden, Bravo. Ruf einen Sanitäter. In the rivers. Er hat die Stinger. Scheiße. Gebrochen die Stinger. Los. Gebrochen die Stinger. Ich gebe Deckung. Was hat der für eine Waffe? Nein, 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 nein. Leg dich hin. Leg dich hin. Okay. Okay. Nicht hinlegen. Einfach nur Raketen drauf. Ab ihn. Fickse. Bravo. Hardes Konvoi ist vier Minuten vom Ziel entfernt. Verstanden. Bravo unterwegs zum Ziel. Los geht's. Hilf mir mal, Mitchell. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Geil. Geil. Bravo. Nicht aufgeben. Wir müssen Hardes erwischen. Wir müssen Hardes erwischen. Vorwärts. Wir müssen den Bereich sichern. Wir müssen Hardes erwischen. Wie kommt denn die alle schon wieder her? Geh mal weg da. Ach, wir können ja nicht drüber springen Ich dachte, wir haben so ein Stim-Paket, was uns heilt Anscheinend nicht Mal kurz nachladen Mit dir Wir sind sicher, die Straßen sind frei Profit, wir rücken zu Hades vor Roger, Achtung, mehr KVA auf dem Weg Schnell Mitchell, ich geb Deckung Mitchell, pass auf Oh Oh, muhen sie dir Fuck Ein kleiner Schnitt für die Menschheit Danke dafür Okay, holen wir dich raus hier Gerade bestätigt Hades wurde getötet Wiederhole Hades wurde getötet Er Weiß es Eins Weiß es Was weiß Eins Wird uns da was verheimlicht Was ist auf dem Datenträger drauf Bis gleich